Hey, schau mal. Wollt ihr das so lernen? Ja. Okay, komm. Das kann man nur bei 60 Sekunden Meister. Pass auf. Das Wichtigste beim Kopfstand ist ein Dreieck. Unten am Dreieck sind deine Hände. Die sollen nicht so sein, nicht so sein, nicht so oder irgendwie andere, sondern so. Vorne an der Spitze des Dreiecks stehst du mit dem Kopf. Und zwar mit dem Scheitel. Nicht mit dem Nacken oder Stirn. Alles klar? Also. Scheitel, Hand, Hand. Ein Dreieck. Und wenn du das schaffst, stehst du. Natürlich ist es wichtig, dass du den Oberkörper senkrecht hältst. Nicht irgendwo kippst. Dann kippst du auch weg. Und spann deine Arme an. Ich mache jetzt vor. Alles klar? So. Bis zum nächsten Mal bei 60 Sekunden Meister. Bis zum nächsten Mal bei 60 Sekunden. Bye. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.